Wer auf der Suche ist, der sollte sich das anschauen. Ich war ja eher skeptisch, ob das überhaupt Sinn hat. Selbst meine Frau hat gesagt, lass die Finger davon, das ist Blödsinn. Ich habe es dann aber doch gemacht. Und das Ergebnis war, ich bin zweimal von dem Geld im Urlaub gefragt. Einmal nach Miami und einmal nach Kanada. Das war eine feine Sache von dem Geld. Heutzutage wird ja jedem an jeder Hausecke versprochen, man könne auch ohne Arbeit Millionär werden. Doch hier ist es etwas anderes. Mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen wird einem das Trading sogar dem blutigsten Anfänger nahegebracht. Ich bin begeistert. Danke.